Super habt ihr das gemacht und das Tollste ist, sie sind noch nicht mal fertig. Komm, wir machen mal alle einen Schritt nach vorne, wir gehen mal in die Sonne so ein bisschen. Also, das waren jetzt drei Songs aus eurem Programm und ich bin total begeistert. Ich frage mich, wie kann man denn all diese Schritte behalten, Lilly? Wie geht denn das? Man muss einfach mal ganz viel üben. Ganz viel üben, ne? Das coole ist, das habt ihr ja gar nicht gesehen. Die haben hier hinter dem Vorgang noch geübt, der Elias die ganze Zeit hier. Und wie ging das doch mal und dann nach rechts und dann... Aber haben sie toll gemacht, oder? Nochmal einen großen Applaus, echt. Ich bin ganz begeistert. Ihr seid super. Jackie, wie lange braucht man, um so eine Choreografie einzustudieren? Also, wir waren ziemlich schnell. Also, die Kids von Candy lernen unwahrscheinlich schnell. Wir haben eine Stunde gebraucht für eine Choreo und das ist echt toll. Wow, kann ich das ja auch noch. Fülle ich gleich diesen Gutschein hier aus. Hier kann man vier kostenlose Probestunden mitmachen. Ja, komm ich mal vorbei. Dann verzweifelt ihr endlich mal an einem Schüler. Ja, vielleicht nicht. Okay.